Und dann Moinzen zum Spielfazit noch von meiner Seite zum Atalanta-Spiel, zum 0-2, auch wenn es anderthalb Tage später ist, ihr kennt die Erklärung, aber es kommt natürlich immer noch und ich kann es zusammenfassen mit der Push-Benachrichtigung, die der VfB rauskommt nach dem Spiel. Leider nicht gepunktet, eine Partie auf Augenhöhe, in der sich Atalanta Bergamo abgezockt hat, präsentiert, VfB verliert 0-2, damit kannst du eigentlich fast zusammenfassen, trotzdem wie immer die Stichpunkte, die ich mir gemacht habe über den Tag, natürlich präsentiere ich euch hier auch nochmal und auch der Austausch mit euch in den Kommentaren, die Stars, ihr wisst Bescheid, aber bevor wir zum VfB 1 kommen quasi, gehen wir noch zum VfB U19 zurück zur Youth League, da durfte ich auch wieder sein, beruflich, wisst ihr auch Bescheid, auch einen Text geschrieben, wenn ein Spielfilm da nochmal nachlesen möchte, oder haben eh die meisten mitbekommen, aber die liefern richtig ab. 4-1 gegen Atalanta Bergamo gewonnen, das war zur Halbzeit quasi schon durch, das war zur 25-Minute quasi schon durch, als der Keeper von Atalanta einen weggeräumt hat und dann bei Stein von 2-0, 25. eben schon Überzahl war für den VfB, 4-1 gewonnen, stehen jetzt auf 9 Punkten aus 4 Spielen, sind glaube ich quasi auch schon safe durch. Spielen ja auch nur 6 von den 8 Partien, die die VfB-Profis spielen, aber die liefern richtig stark ab, auch ja schon Prag geschlagen, Juventus auswärts geschlagen, last minute, knapp verloren gegen Madrid, also die Nummer hervorzuheben, das ist echt was wert, da kann man auch mal hinfahren oder sich das mal angucken, läuft auch mal gegen Livestreams vom VfB. Die Juve League ist da echt auf dem Weg, die VfB unter Nico Willig, der auch hervorzuheben ist, wir hatten ja Max Schwind als Interimstrainer in der Relegationsnummer mit Union, wo er ja der wenigste war, der irgendwas dafür kommt, dass der VfB abgestiegen ist am Ende des Tages. Aber auch da haben wir schon gemerkt, dass er ein guter Typ ist, dann kann ich auch bestätigen, Willig ein super, super Typ, auf dem man ein Auge haben darf in Sachen Trainer, Trainermarkt, whatever, da ist schon richtig gut, was die da machen in der neuen Zin, das ist ja auch schon seit Jahren. Ich war da zu spät für diese schöne Hardtickets-Aktion, gab es glaube ich an Block 36 am Eingang, so Hardtickets, selbst erstellt natürlich von den Fangruppierungen halt, die man gegen, glaube ich, eine freiwillige Spende dann sich holen konnte, halt ein richtiges Ticket in der Hand, richtig schöner Druck halt in der Hand, statt dieses Printed at Home-Gedöns, ein bisschen ein anderes Layout, war ich zu spät, aber wollte ich ansprechen, weil es eine geile Aktion ist und ich meine gelesen zu haben, also ohne Gewerdi-Angabe, dass es wohl gegen Bern nochmal geben sollte, aber ich habe nur gelesen, weiß ich nichts genaueres dazu und was auch schon von Beginn an klar war vor dem Spiel, siehst du immer mal diesen schönen Planen, sag ich mal, es wird gezündet und es wurde gezündet, hat schon vom Anpfiff gebrodelt, war richtig stark, auch immer schön zu sehen, Champions League, aber natürlich auch Bundesliga, wenn alle Schals hochgehen, natürlich abends nochmal dieses Flutlichtding, überall die Prints mit Champions League und dieses blaue Layout und dies und das, Champions League-Nächte sind einfach besonders, das ist ja einfach so und auch immer noch nicht normal, wir hatten jetzt bisher ein Heimspiel, das war das zweite jetzt von insgesamt mindestens vier diese Saison und das ist einfach unsagbar, ja, bedeutsam immer noch und besonders immer noch, Stuttgart kommt, fand ich, ging diesmal sehr, sehr hart, also, ja, geht immer gut ab, aber ich fand es irgendwie diesmal nochmal bemerkbar, lauter und geiler und irgendwie, ja, geiles Feeling gewesen, ähm, da Champions League-Hymne, auch das muss ich ansprechen, die ging auch viel härter, die ging richtig, richtig gut, diesmal, die war so laut wie noch nie, ich war ja auch in Madrid, in Turin war ich nicht, da kann ich es nicht bewerten, aber gegen Prag zum Beispiel auch, ich fand heute, äh, heute, fand, äh, vorgestern gegen Atalanta war es am lautesten, am geilsten, klar, die haben immer noch so ein bisschen die Power rausgenommen, äh, rein in Sachen, in Sachen Aufnahme, Neuaufnahme dieser Hymne, ne, was ich immer noch schade finde, aber die war am lautesten, am geilsten, das Feeling war am geilsten, aus diesen Spielen, die ich eben schon erlebt habe, vom VfB bis in der Champions League, da haben sie wirklich ohne Witz gefühlt die Haare aufgestellt, ähm, das war richtig geil, diesmal, die Hymne hat richtig Bock gemacht, klar, gegen Prag war es nochmal ein bisschen anders, weil eben auch so Kurvenblick, da hattest du die Choreo noch währenddessen, konntest du so ein bisschen durchspicken und nicht so richtig mitbekommen, was da so abgegangen ist auf dem Platz oder, ja, wie es halt aussieht, ne, der Ball in der Mitte und sowas, ähm, aber das war, das war richtig, richtig ordentlich und auch generell, das war easy, der beste Stimmungsstart in ein Spiel diese Saison, 100%, da direkt der Stichpunkt, ist das alles schon wieder geil, ähm, weil der Start war brutal in dieses Spiel, von der Stimmung aus, vom gesamten Stadion aus, aus der Kurve natürlich, im Ursprung, war richtig geil, du hast direkt gemerkt, gehen wir ins Spiel rein, Bilal hat Bock, äh, Bilal hat Bock gehabt, ähm, war ein Auf und Ab, auch stark geschrieben, Antalanta trotzdem, aber auch gefährlich natürlich, ähm, auch da muss ich leider sagen, hab ich auch da direkt schon früh aufgeschrieben, unsere Standards, sind nicht mehr so krass gut, finde ich, also da, gefühlt, also ist natürlich übertrieben formuliert, ne, aber gefühlt freue ich mich über keinen Freistoß mehr, ich freue mich gefühlt über keine Ecke mehr, also richtig, weil so richtig entstehen tut daraus wenig, vielleicht liege ich da falsch, dann schreibt es in die Kommentare, aber gefühlt, ja, hat das nicht so einen Effekt von, jawohl, eine Ecke, jetzt geht vielleicht was, weil so richtig gehen tut er in letzter Zeit irgendwie eher weniger, ähm, hier und da zu unpräzise, hat sich leider das ganze Spiel so ein bisschen gezogen, Abtasten auf hohem Niveau, war so ein bisschen, äh, das erste Fazit, zur 25. hatte Adalanta, Adalanta, 65% Ballbesitz, also die, mehr das Spiel bestimmt, sag ich mal, ähm, auch da schön mittendrin natürlich, weil die anderen Ergebnisse auch reinkamen, Silas getroffen, da hatte ich, glaube, 2 zu 5 verloren, noch gegen Barcelona, ne, auch ein bisschen standesgemäß hat, aber Silas, glaube ich, inzwischen hat sich ein 1 zu 1 getroffen für Roter Stern, Belgrad, auch das ist eine schöne Nummer, ähm, beim VfB, Thema Klarheit, auch da nochmal, zu schön gedacht, hier und da, einfach, finde ich, es war aber auch generell, diese Saison schon öfter zu sehen, gerade ein Undaff, würde mich gar nicht auf den Einschießen, überhaupt nicht, aber, der hat gerade oft, öfter mal so Szenen, oder auch die Chance, glaube ich, in einem Upside-Sang geendet ist, wo er das Ding halt wieder irgendwie hinlupft, oder so, auch in Leverkusen, klar, da war es technisch schwierig, das Ding anders zu nehmen, aber auch da war der Abschluss wieder so ein Lupfer, oder hier und da wieder so ein schöner, oder wunderschöner Ball, den 16er-Versuchten, so, es ist mir hier und da ein bisschen zu viel, ich weiß, die können es, und sie würden es nicht machen, wenn sie es nicht könnten, ne, also, die sind ja alle technisch gut unterwegs, der VfB, ne, und wenn es klappt, dann ist es Weltklasse, aber, hier und da wünsche ich mir doch, über die gesamte Saison gesehen, aber gestern auch, äh, gestern, vorgestern auch nochmal, bisschen mehr Klarheit, in manchen Aktionen, ähm, hier und da, äh, letzter Not muss man retten, aber da war die Abwehr da, auch wieder wie in Leverkusen, ne, die Abwehr war da, ein Rohrbox stark hinten, ein Chase, der das immer noch spielt, äh, wie gesagt, auch hier, der hat hier und da Probleme, Leverkusen auch hier an der Probleme gehabt, aber immer noch grundsätzlich solide Spieltnis eben dafür, dass er eben auch einer ist, der diese Saison in der Champions League debütiert hat, nach Einwechslung in Madrid, was er, glaube ich, kam, und da auch Vinicius Junior quasi kalt gestellt hat, und so, darf man nie vergessen, ne, wie, wie jung der ist, wie jung die Mannschaft insgesamt ist, auch ein Mio, der gestern wieder einer der Besten war, auch ein Ruo, ich glaube auch noch keine, ist der 24, keine Ahnung, ein Mio, ich glaube 22, die sind alle auch so dermaßen jung, deswegen darf man auch hier und da ein paar Sachen noch ein bisschen ruhiger bewerten, sag ich mal, und gerade auch ein Chase, der macht gefühlt sein 10. Profispiel, wenn überhaupt, man hat davon halt schon 3 oder so, 4, 3,5 in der Champions League gesammelt, das ist brutal, ähm, Nübel nochmal vor der Halbzeit ein Ding, äh, entschärft, und dann, nach der Halbzeit, Lookman, 0 zu 1, das ging ein bisschen zu einfach, ähm, am Ende des Tages natürlich auch gut gespielt, ne, aber es ging ein bisschen zu einfach, ähm, und auf dann raus, verletzungsmäßig, ähm, da hat er direkt die Frage, boah, ohne gegnerische Einwirkung, sieht nie gut aus, aber scheinbar ist ja Frankfurt fraglich, aber nicht ausgeschlossen, mal sehen, ob da was geht am Sonntagabend, die Juric hatte noch eine Chance gehabt, ähm, in der 55. Mal aufgeschrieben, 0 zu 2 Torschüsse, ne, das ist halt auch so ein bisschen, kam nicht viel aufs Tor, von Adela hat er nicht, nicht viel aufs Tor, wie gesagt, viel, viel, äh, Abtasten auf hohem Niveau, viel Disziplin, defensiv, vor allem auch Disziplin, aber die Reaktion aufs 0 zu 1, muss man sagen, war echt gut, fand ich, zwei Chancen noch direkt gehabt, die ich mir aufgeschrieben habe, man kommt besser ins Spiel, das notiert hier und da mal ein paar Chancen, es war nichts 100%iges dabei, ne, aber, äh, ja, die Reaktion war gut aufs 0 zu 1, ähm, auch da nochmal, final immer ein bisschen zu unpräzise, ähm, auch vom Feeling her, klar, man glaubt immer an alles und man hofft auf alles und Champions-League-Abend hier und da, aber das habe ich auch notiert, so ein bisschen haben mir da ein, zwei Angriffe gefehlt, die nochmal angestachelt haben oder eben nochmal so richtig final Hoffnung geben, ja, komm, die kriegen das noch hin, da kommt noch dieser eine Angriff, da kommt das eine Tor, aber sonst war es einfach zu gut, zu abgezockt auch von Atalanta, die kamen nicht durch, ne, auch hier nochmal 0 zu 3 nach 83 Minuten in Sachen Torschüssen, Malanga kam rein, das fand ich sehr, sehr geil, geile Belohnung auch, klar, ist einer der jungen Spieler, der dann auch reinkommen darf noch, beispielsweise in Woltenmann und so Geschichte, ist ja nicht, nicht im Kader drin, die Jugendspieler können da eben reinrutschen, aber auch der eben auch eine geile Belohnung, weil der macht ja seinen Job gut beim VfB 2 in der Jugend, in der dritten Liga unter anderem, von dem her fand ich es eine geile Einwechslung, auch direkt eine Chance bekommen, ne, Schasini und Malanga, direkt der Abschluss knapp neben das Tor, glaube ich, ans Außennetz, war aber noch abgefälscht, deswegen guter Auftritt, frischer Auftritt, von ihm hat sich was getraut, hat sich nichts geschissen, wie man so schön sagt, also schöner Auftritt von Malanga und schönes Zeichen auch von Hoeneß, fand ich, ihn dann zu bringen, Stenzel-Strahl, das war wahrscheinlich so mit die größte Chance, die ich noch im Kopf habe, die ich mir auch aufgeschrieben habe, war dieser Strahl von Stenzel, äh, vom, ja, außerhalb des Sechzehners, irgendwo lang dann quasi, von Torwartssicht rechts am Tor vorbei, ähm, weiß gar nicht mehr, wie knapp das war, aber das war nochmal ein Strahl, und vor allem, weil es ein Strahl war, kam dann mit so einem Speed, auf einmal schießt Stenzel und siehst so, wie er rechts vorbeihuscht, in der Kurve siehst du ja eh hier und da, schwierig mit den ganzen Fahnen vor dir, deswegen dachte ich schon kurz, das Ding segelt rein, wir können ihren Pass, Karl Stenzel, Champions League-Tor bejubeln, war leider nicht so, Karl Stenzel, Fußballgott, auch die, ähm, ja, bei der Einwechslung immer wieder geil, oder Auswechslung, wie auch immer, ähm, ja, schade drum, weil direkt eine Minute später, Saniolo, 88 sind 0 zu 2, auch das am Ende des Tages ein bisschen zu einfach, aber auch da, Saniolo wurde eingewechselt, muss man auch nochmal sagen, was die halt für einen Kader haben, was die einwechseln können, Atlanta ist auch Bock, Bock stark, das war's, da reichen zwei Aktionen, habe ich da auch nochmal hingeschrieben, aber, jetzt kommen wir in den Bereich Spielfazien, jetzt war so ein bisschen Spielfilm, kommen wir in den Bereich Spielfazit, ähm, Atlanta hat zu abgeklärt, wie ich schon eingestiegen bin mit der VfB, Push-Benachrichtigungen, so war's halt, und auch hier nochmal hingeschrieben, Europa-League-Sieger, mehr Erfahrung, und das sieht man, und das ist es halt, ganz einfach, der VfB macht kein schlechtes Spiel, hat kein schlechtes Spiel gemacht, Hönes ja auch so gesagt, ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, die Leistung war gut, oder die Leistung war, ja, in Ordnung, mehr als in Ordnung, wie auch immer es formuliert hat, da habe ich mir genau ein Wort im Kopf, ähm, ähm, aber das Ergebnis ist halt das, worum es dann geht, das ist halt auch was, was wir lernen, gerade angesprochen, extrem junger Kader, extrem junge Mannschaft, neu in der Champions League, immer noch Spiel Nummer 4 jetzt gewesen, Halbzeit in der Champions League von diesen 8 Spielen in der Liga-Phase, wie gesagt, dann kann man mit sowas rechnen, Lehrgeld bezahlen, das haben wir ja auch schon in Madrid zum Beispiel getan, oder auch gegen Prag dann, ne, wo vielleicht manche dann dachten, ey, das ist das Heimspiel, wo man gewinnen sollte, ich eingeschlossen, äh, aber das Sieg haben wir eben dann später gegen Juventus, wo er vielleicht nicht so unbedingt eingeplant war, oder in Gedanken nicht so eingeplant war vielleicht, ähm, das ist halt Champions League, das ist ein Europa-League-Sieger, die machen seit Jahren einen richtig starken Job, der Trainer ist ein richtig guter, in Italien sind sie gut dabei, wie gesagt, am Wochenende erst Neapel, auswärts mal entspannt, 3-0 weggewatscht, sind immer noch ohne Gegentor in dieser Champions League-Saison, nach vier Spielen, unter anderem 0-0, äh, bei Arsenal war es, ich glaube, 0-0 gegen Celtic zu Hause, und noch ein 3-0 gegen Shakhtar Donalds, das ist halt, ne, wie gesagt, keine Laufkundschaft, du hast in der Champions League keine Laufkundschaft, das war, müsste dann auch das zweite Team aus, ne, war das Topf 1 durch den Euro-League-Sieger, bin mir gar nicht mehr sicher, aber eben auch eins der Top-Teams, das sind jetzt eben auch unsere, äh, ja, 3 der 4 aus den Top-2-Töpfen, in den ersten 4 Spielen schon, ne, Madrid, äh, Bergamo, Juventus, jetzt kommt in Anführungszeichen nur noch PSG am letzten Spieltag, dann irgendwann Ende Januar, ähm, und deswegen muss man sagen, also da war einfach den Tick besser, den Tick besser, sie angefühlt in Anführungszeichen wie so eine 08-15-Niederlage, wie gesagt, das soll gar nicht so klingen in Sachen VfB-Leistung abwerten, überhaupt nicht, ne, aber 08-15 im Sinne von, ja, die waren einfach einen Tacken besser, es war dieses kleine bisschen besser, am Ende waren es 0 zu 4 Torschüsse, weil viel aufs Tor kam insgesamt nicht, ich glaube 10 zu 9 Abschlüsse insgesamt, also da sogar Vorteil für den VfB, aber eben nichts aufs Tor, bei VfB wirklich gar nichts aufs Tor, aber insgesamt eben über 90 von beiden Mannschaften, 4 Torschüsse ist auch generell wenig, ähm, hatten eben diese ein, zwei Chancen, die dann eben genutzt wurden, wo es abgeklärt da waren, den Ticken besser sind, den Ticken besser waren, standen dir ständig auf dem Fuß, wirklich unfassbare Manndeckung, ein Pressing über 90 Minuten, unfassbar, ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel, wo am Ende des Tages, Fassier-Ziel muss der VfB, war da, die waren bemüht, die wollten, daran geht es überhaupt nicht, die waren da, die haben Gas gegeben, Stimmung war geil, wie gesagt, am Anfang war es die beste Stimmung, äh, der Saison, besser Stimmung Start der Saison, natürlich danach ein bisschen abgeflacht, hier und da, weil eben auch das Spiel nicht so richtig viel hergegeben hat, dann in Sachen Chancen, weil es pusht ja immer an, hast gemerkt, soweit wieder so ein halb abgefälschter Abschluss irgendwo kam, eine Ecke kam, war Stimmung direkt wieder verdoppelt quasi, ne, aber auch da ging Ende nochmal gepusht, versucht nochmal, deswegen, das war alles sehr, sehr stark und wieder mal ein geiler Abend, das ist ein Champions-League-Abend, ne, Champions-League, verdammte Scheiße, wie es hier vor mir auch quasi klebt, oder steht, besser gesagt, an diesem Mikrofon, ähm, und darum geht es ja weiterhin, das war ein wunderschöner Abend, geile Stimmung, klar, du verlierst halt leider, aber die waren einfach den Ticken abgeklärt, der hat einen Ticken besser, da kann man glaube ich am Ende sagen, ist einfach würdigend sagen, ja, Atalanta ist noch den Schritt voraus, die ist ja noch den Ticken besser, als der VfB schon gerade aktuell, aber VfB muss sich für Leistung auch nicht krämen, ne, das ist ja auch ganz klar, ähm, auch hier nochmal ganz kurz angesprochen, bei mir war es nicht unbedingt so der Fall in der Kurve, das wäre ja noch schlimmer auch, aber habe schon mitbekommen, dass auch einige wohl nach dem 0-2-Trick gegangen sind, klar, hier und da gibt es auch driftige Gründe, Anreise, whatever, aber einfach da auch, ist ja ganz logisch, braucht eigentlich fast nicht ansprechen, aber man geht nicht vom Abpfiff, fertig aus, auch wenn es am Ende des Tages 0-7 ausgeht, vom Abpfiff gehen, muss nicht sein, gerade am Champions-League-Abend, ist es noch schade drum, oder schade dann auch um Leute, die vielleicht im Stadion gewesen wären, Gas gegeben hätten, nicht vor Abpfiff gegangen wären, wenn das Spiel schon quasi entschieden ist mit 0-2, was ja dann am Ende des Tages auch so war, aber man bleibt doch bitte, wenigstens 90 Minuten, Krabber der Champions League, verstehe ich nicht, wie gesagt, es gibt ja hier und da auch driftige Gründe, möchte ich gar nicht ausschließen, aber das muss halt nicht sein, Champions-League-Vorabpfiff zu gehen, finde ich albern, zweites Champions-League-Heimspiel, nach 14 Jahren Abstinenz, und da gehen welche früher, muss ich nicht verstehen, das aber, wird er gar nicht größer machen, ja, als es ist, oder als es groß gemacht werden müsste, wie gesagt, völlig okay, wenn auch Glück, und punktlos am Ende des Tages, aber auch da muss man mal sagen, sehr, sehr geil, die Mannschaft empfangen, das fand ich ein sehr schönes Feeling, wie die von der Kurve empfangen wurden, ein richtig schönes, aufbauendes Ding, und wie gesagt, wir hatten ja auch schon ganz andere Zeiten, deswegen nochmal, Champions-League-Zweites-Heimspiel, da war aufbauend, dann hier quasi aufwachen und rafft euch, und Abstiegskampf und sowas, also natürlich ein Aufbauen auf einem hohen Level, aber eher quasi ein Aufbauen, von wegen, wir haben gesehen, ihr habt Gas gegeben, alles fein, vor dem ist Antalanta passiert, wie gesagt, wie gesagt, also kein Abstiegskampf aufbauen, aufbauendes, aufbauendes Empfang nach dem Spiel, sondern eben, ja, eins auf einem höheren Niveau, wie gesagt, aber das ist einfach ein schönes Gefühl, schönes, ja, schön gefeiert, nochmal vor der Kurve, aufgebaut, ja, nochmal gewürdigt eben, was hier passiert, weil es liegt ja immer noch an dieser Mannschaft, oder auf den meisten, ja, auf dem Platz, natürlich ein paar sind weg, und ein paar sind noch dazugekommen, aber an den meisten auf dem Platz, dass wir Champions-League-Abende erleben dürfen, ne, das dürfen wir auch nie vergessen, und auch da, hab's ja gerade schon angesprochen, wir haben drei der vier aus unseren Top-Töpfen quasi schon raus, das Weiterkommen ist immer noch mehr als drin, man darf ihn nicht unterschätzen, ist klar, aber kurz der Ausblick, Champions-League-mäßig zur Halbzeit jetzt, vier Punkte, wie gesagt, vier Punkte gehe ich auch komplett fein mit, hätte man vielleicht anders verteilt erwartet, ne, dass du in Madrid verlierst, fair, dann hättest du vielleicht eher den Sieg gegen Prag erwartet, dafür erwartest du nicht unbedingt, dass du bei Juventus gewinnst, oder gar punktest, deswegen einen Punkt noch aus Juventus und Atalanta, konntest du vielleicht noch irgendwo hoffen, wahrscheinlich eher das Atalanta-Heimspiel, und dann steht es auf vier Punkten, wie gesagt, ein bisschen anders verteilt jetzt, durch den überragenden Sieg bei Juventus, der ja auch, wie gesagt, gefühlt erst, ja, was waren das jetzt her, zwei Wochen, fast wieder gefühlt vergessen, wie groß das auch damals war, aber, die vier Punkte waren zu erwarten, das möchte ich damit sagen, und jetzt kommen eben Gegner, wie gesagt, die darfst du nicht unterschätzen, aber da sind Gegner dabei, bis auf Peche, die nächsten drei, die alle noch auf null Punkten stehen, soweit ich es richtig im Kopf habe, vor allem Bratislava, immer wieder die Hütte voll bekommen, ne, Belgrad angesprochen, die kriegen auch immer die Hütte voll, nächstes Spiel ist dann, auswärts Belgrad, das ist auch immer ein Hexenkessel, aber an sich, rein sportlich, darfst du da gewinnen, kannst du da gewinnen, Bern zu Hause, sollte auch gewonnen werden, ich glaube, da dürfte der Anspruch am höchsten liegen, dieses Heimspiel auf jeden Fall zu gewinnen gegen Bern, und auch in Bratislava, kannst du absolut gewinnen, ne, wie gesagt, auch das ist wieder ein Auswärtsspiel, vielleicht ein bisschen Hitze im Spiel und sowas, deswegen, sagen wir mal einfach, ein bisschen prognosemäßig, triff dich jetzt mal so kurz ab, Bern, bitte gewinn zu Hause, das wäre sehr, sehr wichtig, da stehst du schon auf sieben Punkten, wir haben ja mal gelernt, irgendwann, durch Statistik und, ja, Aufrechnungen und sowas, also irgendwie so acht, neun Punkte brauchst, diese Zwischenrunde, hättest du schon sieben, und dann, ja, am besten, im besten Fall, sag mal nicht neun Punkte, das wäre ein bisschen arg krass, aber an sich sind die auch möglich, gewinnen im Bratislava, nehmen wir das Spiel, dann sind wir schon auf zehn Punkten, holen noch einen Punkt im Belgrad, sind wir auf elf, verliere vielleicht sogar eins von den beiden Auswärtsspielen, ich glaube nicht dran, die sind sportlich gut genug der VfB, sag mal zehn, elf Punkte, dann bist du schon vor PSG, auf jeden Fall in diesen Playoffrunden, und ich sag auch, Bergamo war das Schwerste, was jetzt noch kommt, in dieser Champions League Saison, ich glaube, gegen PSG zu Hause werden wir uns besser tun, ich glaube, die werden uns nicht so, ja, nicht so eine Leistung bieten, PSG, so eine disziplinierte, leidenschaftliche Leistung bieten, wie es Atalanta getan hat, ich glaube, gegen die ist auch was drin, klar, das wäre wieder überheblich zu sagen, die kannst du auch schlagen, aber gegen PSG habe ich mehr Hoffnung, oder mehr Vertrauen, dass da mehr Punkte drin sind, als ich es auch vor Atalanta hatte, fairerweise, auch so formuliert, deswegen, am Ende des Tages kannst du ja trotzdem mit zehn, elf, zwölf, was weiß ich, Punkten rauslaufen aus dieser Liga-Phase, und damit dürfest du sehr sicher mindestens in dieser Playoff-Runde sein, oder in der Playoff-Runde sein, und das wäre schon mal ein riesen, riesen Schritt, das erste Mal Champions League seit über 14 Jahren, und du kommst eine Runde weiter quasi, oder eine Zwischenrunde weiter, und dann mal gucken, was dann kommt als Gegner, in den zwei Spielen, heim und auswärts, deswegen auch da, es ist nicht Hopf und Malz verloren, überhaupt nicht, Bergamo war das Schwerste, was noch kommt vermutlich, und jetzt gehen wir auch weiter, wenn wir jetzt hier schon da sitzen am Freitag, es kommt nächstes Spiel, Samstag, jetzt ruhig, Sonntagabend, Sonntagabend, 17.30, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, das wird auch dermaßen scheppern, auch da, da kommt das Team der Stunde, da kommt so ein bisschen der VfB letzten Saison, weil die sind auch die Überflieger-Mannschaft, du wusstest, die können was, aber wie viel sie können, und dass es richtig rausbringen, und wie ein Mamusch gerade startet, Jesus Maria, ordentliche Nummer, also richtig krass, was Mamusch macht, ein Ekitike vorne drin mit dabei, brutal stark, war sie immer nicht so ganz sicher, ja, wie ist jetzt unser Top-Müller, und wann kommt es endlich, jetzt liefern sie richtig ab, was sie können, ich sage, beim VfB war es nochmal krasser, weil du kommst aus der Relegation, Frankfurt kommt aus der Europa-League-Qualifikation, das ist ja auch klar, noch eine andere Geschichte, aber so vom Shooting-Star-Team, meine ich den Vergleich, kommt Frankfurt, wie wir so ein bisschen, weil es ist so Bockstark, das wird eine richtig schwere Aufgabe, eine richtig schwere, aber zu Hause gegen Frankfurt, geile Kulisse, Sonntagabend natürlich ausverkauft, Frankfurt wird geile Fans mitbringen, das wird richtig scheppern, ist ja auch so ein bisschen, Anführungszeichen, Rivalität da, oder halt ein bisschen mehr diese gegensätzlichen Fangesänge da, als es jetzt halt zum Beispiel gegen Bergamo ist, oder als es gegen andere Teams ist, also ein bisschen mehr Hitze, ist da schon von Grund auf drin, in Duellen gegen Frankfurt, wird richtig geil, glaube ich, wird brutal schwer das Spiel, aber wird ein geiler Abend, und wie gesagt, zu Hause ist immer alles drin, auch wenn sie jetzt eben das erste Heimspiel verloren haben, seit knapp über einem Jahr dann, das erste Pflichtspiel Heimspiel verloren haben, jetzt gegen Atalanta, aber Bundesliga sind sie immer noch ungeschlagen, da haben sie zu Hause immer noch kein Spiel verloren, also Bundesliga-Rekord hält noch an, und hoffentlich tut das am Sonntag auch, würde nämlich heißer mindestens einen Punkt holen, und das wäre, glaube ich, in Frankfurt aktuell auch völlig in Ordnung, aber wie gesagt, hoffen wir natürlich auf den Sieg, ist ganz klar, wenn wir ein bisschen schon mal einheizen, wahrscheinlich ist gar nicht nötig, wir wissen alle, was da kommt am Sonntagabend, aber ein bisschen einheizen, wird eine geile Nummer, wird ein geiles Spiel, eine geile Stimmung, und so weiter und so fort, und auch hier, schon zwei, drei Daten genannt, gerne reinhören, hier bei den Kollegen, Thema beruflich, schon vorhin angesprochen, um 19, also in der Stelle nochmal die Hörempfehlung, der Port Cannstatt, auch schon seit heute Morgen, Freitagfrüh online, natürlich mit dem Blick auf Atalanta, dem Blick voraus auf Frankfurt, ich mit drin mit meinen Daten, wie gesagt, ich habe hier schon ein, zwei genannt, aber natürlich auch viel mehr zum Atalanta-Spiel, und eben auch zum Vorausblick auf Frankfurt, interessante Daten dabei, und sehr gute Folge geworden, und der steht auch, wie immer, ab in die Kommentare, lasst mir eure Meinung zu, Atalanta da, der Blick auf Frankfurt, auch gerne den, generell Gefühle zum VfB, Gefühle zum Spielfazit, und so weiter und so fort, ab in die Kommentare damit, bedanken für's Zuschauen, wie immer gerne kostenlos auch, das Abo und den Like da lassen, wichtig und richtig, auch wenn es gerade so ein bisschen hinstammelt, aber wichtig und richtig, wie gesagt, der Weg zu den 10.000 Abonnenten ist eingeschlagen, würde mich sehr freuen, wäre eine krasse Marke, deswegen weiter, immer weiter, wie gesagt, bedanken für's Zuschauen, sehen uns am Sonntagabend dann, oder irgendwann am Montag, Dienstag, irgendwann um den Dreh, dann mit den Geschichten zu Frankfurt, den Videos zu Frankfurt, morgen kommt dann nochmal ein kleiner Talk, zu dem Frankfurt-Spiel, mit OG-Gast, ihr werdet schon wissen, wen ich meine, aber morgen kommt das noch, ist zumindest geplant, stand jetzt, kommt dann morgen, aber wie gesagt, ich mache es wieder länger als nötig, bedanken für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal.